So, ich muss sie wieder fortsetzen. Das heißt, ich muss die ganze Knochenrüstung jetzt neu machen. Aber egal. Hast du eigentlich das Metall-Tablet auch eingesammelt im Flugzeug? Ja. Hab ich. Hab ich im Singleplayer nie gemacht, weil ich das nie wusste. Ich geh mal ganz kurz hier zu den Zelten und mir die Pfeile holen, wenn die wieder da sind. Ja. Ich hoffe mal, dass die noch da sind oder wieder da sind. Das wär sonst ein bisschen doof. Ja, ja. Auf jeden Fall hab ich schon mal Stoff. Weil irgendwie ist das Beitreten größer als das Weiterspielen. Ja. Ja. Das stimmt allerdings. Aber wir haben uns da zum Glück nochmal schnell reingelesen. Mhm. Na gut, dann weiter. Ja. Irgendwie. Ich bin bescheuert. Ich suche die ganze Zeit die Zelte. Wir haben noch das grüne Ding dort aufgebaut. Ja. Arschloch. Oh ja. Alles wieder da. Gleich mal hier alles schön looten. Boah. Ich werd hier beobachtet. Mann, ich möchte den Trasettenrekorder. Oh, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Wie viele Pfeile hab ich? 30. Ich muss reichen. Weg. Ganz schnell weg. Weg, 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 weg. Oh, bei. Wo liegt der Kasten? Ich könnt. Ich spring den runter, hab ich die ersten genommen. Komm her, du. Komm, komm, komm. 1, 2. 3, 8, 9, 10, 10, 11, 14, 11, 15, 15, 15. ready for too long. Ah, sehr gut. Neuer Eintrag auf der To-Do-Liste. Aber das mit dem Lagerfeuer ist auch irritierend. Ich habe Gebäudeschaden halt ausgestellt. Wahrscheinlich geht das Lagerfeuer einfach noch mehr Zeit kaputt. Aber im Singleplayer geht das doch auch nicht kaputt. Hm. Hm, wer weiß. Im Multiplayer scheint schon da. Ja, ich sag mal, so schlimm ist es nicht. Wenn die anderen zwei dann da sind, das wird dann sowieso ein großes Hin und Her. Hm. Aber das heißt, ich müsste eigentlich nochmal los Dynamit farmen, weil mit Dynamit macht sich das Holzfamilie ja einfacher. Wollen wir dann nochmal losziehen und gleich wirklich nur das Dynamit holen? Ja. Ja. Dann ist wieder so ein Totem. Ich muss nur warten, bis der Doof verbrannt ist, weil ich den verbesserten Sperr brauche. Ähh, das, ein, zwei, eins, zwei, drei. So. Rauschen oder? Du hast ne Glatze? Du auch. Cool. Hahaha. Glatzen, Brüder! Oh mein Gott! Da war ich mich erstmal für die anderen dann aussehen. Oh Gott. Ist dir mal aufgefallen, dass es keine Frauen hier gibt? Also... Ja, weil man landet, das ist ganz seltsam. Hm. Oh, hier ist noch ein Koffer, der zu ist. Ich loote nochmal ganz kurz die Koffer. Kann es sein, dass hier neue Koffer spawnen? Ja, ich glaub schon. Okay, denn... Hä? So. Hey, im Inneren des Flugzeugs ist auch alles neu. Na bestimmt, weil wir neu abgestürzt sind. Mhm. Ja, kommt uns ja nur zugute. Gehen. So, äh, Dynamit. Ja, ähm, da die Richtung. Ach. Und ab und zu, also immer mal auf den Boden gucken, wegen den Pflanzen. Wir laufen durch den Wald. Uns ist gar nicht kalt. Ich muss erstmal was trinken. Schuss. Ähm, palim 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 Stoff. Stoff. Sehr viel Stoff. Stoff. Meins war alles gut. Ein anderes was da draußen. Stimmt, die sind bei mir jetzt auch alle weg. Oh, toll. 1 Höhle. Hätte ich jetzt noch 5 Musik für meinen Kassettenrekorder, hätte ich Musik angemacht. Hä? Du hast schon den Kassettenrekorder? Der liegt unten beim Grab, also dieser Musikabspieler. Achso, ja. Ja, hier, ja, ja, genau. Nicht diese eine Kamera da. Äh, ich glaub wir sind etwas falsch. Ähm. Ja? Ein bisschen. Wir müssen rein. Ja. Fleisch. Egal, schöne Aussicht. Ach, scheiß auf die Aussicht. Jaaaa. Bären. Noch mehr Bären, ich brauch die Samen. Ich hab dich verloren, wo bist du? Achso, da hinten. Ich ess grad Bären die ganze Zeit, obwohl ich voll bin. Aber ich hab wieder Samen. So, wie viel Samen hab ich? Vier Paar. Vier Paar. Wie runterrutscht die. Boah. Das ist gut, warte. Mein Gott. Ja, rutsch. Rutsch du ruhig. Oh Mist, falsche Richtung. Wenn du im Kessel landest, sagst du Bescheid. Okay. Ich bin rot. Ich auch. Ja. Wir sind nicht abgestürzt vom Flugzeug, sondern mit dem UFO. Das könnte man natürlich auch so sehen, das stimmt. Wir sind einfach außerirdische. So, ich möchte noch mal was ausprobieren. Ich brauche aber... Jaaaa. Äh. Äh. Wo sind die alle? Äh. Die mögen doch die rote Farbe. Jaaaa. Äh. 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 Für Vorstellungen hast. Nein. Wirklich. Äh. Oh. Guck. Die sind welche. Guck. Warte. Warte. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Gebeten. Äh. Glaube ich. Ja. Warum? Man. Ganz komische Geräusche. Reifen dann auch nicht an. Okay. Wir halten uns für einen Gott. Okay. Das sind wir ja auch. Wie stark wir sind und so. Hä. Sicher? Jaa. Guck. Der betet. Der zum Beispiel. Nein. Das hört sich so eklig an. Jaa. Aber die lassen uns in Ruhe. Das wird ja auch mal Zeit. Endlich. so. Das heißt. Ich muss aber. Ach. Ich muss ja nochmal jeden Passagier anglotzen. Ja. Die lassen einen in Ruhe. Nein. Na warte. Warte. Die sind nur ein bisschen aufgemischt. Ah. Ja. Ich hab dir angefühlen. Was passiert, wenn ich die jetzt abschieße? Ähm, ich hab's grad getan. Okay, ich geh in die Höhle. Hey, warte auf mich! Zu spät! Wenn du unter mir bist... Oh. Dann guck ich auf jeden Fall nicht nach oben. Oh, Kompass! Und Karte, oder? Was ist das? Ja. Ein einversichtiger... Oh Mist, ich konnt's nicht lösen. Äh, blöde Steine. Löschbrecher. Ja. Warte, ich mach'n Licht. Zwei Snacks gesammelt. Ja, ich hab' eigentlich alles. Erstmal. Den Rest werden wir ja später erkunden mit den anderen zusammen. Ja. Warum? Warum nicht? Okay. So, Ladies first. Wie du da auch einfach mal drauf hörst. Ich lass' dich hier nicht raus. Oh Mist. Trinken, trinken, trinken! Saufen. Äh, hingen die Zwik-Duzi schon immer? Ja. Echt? Ein bisschen abhängen. Äh... Ja. Okay. Auf jeden Fall sind's hier viele Tennis-Bälle. Ja. Okay, ich lass' das Kind mal allein. Was? Hey. Ich möchte ja schon gerne wieder zurück in der Base-Seite, bevor es Nacht wird. Ja. Ich würd dieses Mal auch, äh, an der Mauer weiterbauen. Ja, das ist auf jeden Fall das Erste, was wir machen müssen. Wenn man nicht gleich... Weißt du, was wir hätten machen können? Mhm. In dem Dorf, wenn wir das nächste Mal da hingehen, in dem Dorf auch so'n Stroh, äh, hier so'n Blatt. Unterschlupf bauen, damit wir immer wissen, wo's ist. Stimmt. Aber man kann auch einfach so'ne... ...Standschlage machen, oder wie das heißt. Und dann wird das markiert. Echt? Das geht auch? Mhm. Mhm. Ich hab bis jetzt immer, äh, Dings gemacht. Musste man nicht unbedingt. Außen kratzen. Überall nur Lumpen. Ich krieg hier so ein bisschen Porn weg im Wald. Echt? Naja... Ja. Ist doch schön hier. Äh, tut 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 tut. Wenn man nicht die Monster beachtet. Ja. Die hoffentlich noch nicht so schnell kommen. Ich war halt ganz sicher. Äh, die können sich ruhig noch so... ...fünf, sechs Tage Zeit lassen, bis die Mauer fertig ist. Ja. Ja. Draut ist heim. Glück allein. Und wir können nicht schlafen. Toll. Ah, was hab ich denn alles hier? Nix. So, ich hab's erst gespeichert. Oh, verkohltes Fleisch. Deswegen nehme ich immer das hier. Das ist viel lecker. Nee, die sehen doch alle verschrumpelt aus. Ähm, jetzt... Huh? Dem? Oh. Äh, düt, düt, düt. Was? Ja. Anscheinend kann man das Lagerfeuer kaputt machen. Das ist aber ohne Gott. Man bekommt Kiesel draus. Wer braucht Kieselsteine? Äh, um abzuwerfen. Ja. Oh, Mist. Boah, ist ich ne Zwille? Joa. Das gleiche Spiel kann ich auch. Auf den Eik. Oh, Pilze essen. Was? Du hast nochmal geschossen und bist trotzdem nicht getroffen. Ja, ich hab auch gar nichts mehr. Geht nicht. Keine Kiesel mehr. Doch hier. Willst du welche abhaben? Au. Scheiße. So. Kieselwurst. Alter, der hat mich vor. Das Fetzen. Wieso ist das Feuer schon wieder aus? Das fällt mal an. Ja. So. Gleich können wir schlafen. Oh, ich mach das SOS. Fertig. Mach das. Vielleicht hört uns ja jemand, unsere Hilfestreier. Hört. Du schreibst SOS und man hört uns. Nein, also. Mann. Ach, Melvin. Weißt du, zwei Tage auf der Insel und du drehst schon durch. Tschüss. Rockstar dancer till I drop. My life is a party. My home is the club. My stage is the dance hall. Martin. I will. I will. I will. I will.